Ein Bus, ein Bus. Ein Bus, ein Bus, ein Bus. Bitte warten auf die Autos. Hier kommt ein Bus, es ist ein Muss. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal, viermal, viermal. Fünfmal, fünfmal, fünfmal. Der war nett, der Autofahrer. Der war nett, der war nett, der war nett, der war nett. Hier wird es gleich grün. Und da stehen sie wieder, der Herzenlieferverkehr steht auf dem Radweg. So, 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 so. Ja. Ich stehe hier wieder auf dem Radweg. Hammer, der lässt mich rein. Alle stehen hier auf dem Radweg. Die Tannstraße ist immer schön. Der nächste steht da. Der nächste, der nächste, der nächste. Hat der da so? Ach so. Der nächste, der nächste, der nächste. Hier stehen sie immer jetzt doll. Alba, Alba, Alba. Wo fährt Alba hin? Der wird da auch stehen. So. Alba, Alba, Alba. Alle Autos parken hier. Na gut, der muss ja auch was tun. Es ist hier schön. So. Da haben wir jetzt hier ein bisschen was zu tun. Am Händelbar. So, so, so. 77 Prozent bin ich gestartet. Mal sehen, wie viel ich nachher noch habe. Ja. Ist das wieder grau in Berlin. Berlin. Das ist Berlin. Berlin, Berlin. Alles sind wir hier in Berlin. In Berlin. So. Bein. Vier. Sechs. Sechs. Heben. Achte, achte, achte. Hier hat er mehr zu tun, weil ja ein bisschen Bewegung drin ist. Im Stand schafft der Akku wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Weil da nichts passiert auf dem Bild. Was macht der hier? Hallo, hallo, hallo. Alle fahren nicht tot hier wieder. Es ist nicht zu lassen. Es ist etwas gefährlich in Berlin Rad zu fahren. Da kann man nichts mehr machen. Das ist wirklich hier. Ganz schön schlimm geworden. Von fünf und sechs. Ah, hat aufgepasst. Der hat aufgepasst. Meine, meine, meine. Sechse, sechse, sechse. Wir fahren hier nicht schnell. Der sieht nur immer so schnell auf den Bildern aus. Bis auf die Falschparker geht es ja eigentlich auf der Kampstraße langsam wieder. Eins, zwei, drei. Was hört man hier noch bei? answers assiste, sich auf die Falschparker be. Nein! Wir fahren mit. Wir fahren mit.